In diesem Video möchte ich Ihnen die Vorteile von Formularen beim Einsatz von Datenbanken zeigen. Wir haben hier die bekannte Tabelle Mitarbeiter mit der in Beziehung stehenden Seminare-Tabelle. Das heißt, hier habe ich also mal für einen Mitarbeiter, den Rudi Schüttler, die Seminare angezeigt. Das wissen wir, das geht hier über Anklicken von diesem Plus-Symbol, was erscheint, wenn die beiden Tabellen Beziehungen zueinander stehen. Das ist schon ganz übersichtlich. Wir sehen also hier die Mitarbeiterdaten von dem Rudi Schüttler und hier die Seminare, die er besucht hat. Das geht aber besser, wenn man dazu Formulare einsetzt. Ich habe hier schon eins vorbereitet, welches ich Ihnen dann gleich zeigen will, wie man sowas erstellt. Die Mitarbeiterdaten haben wir hier in dem oberen Bereich. Das sieht also viel ordentlicher aus als hier, diese Zeile. Und die Seminare, die der Rudi Schüttler besucht hat, die stehen hier in diesem Unterformular, in diesem Seminar-Unterformular. Und wenn da noch mehr drinstehen, dann können wir da auch drin blättern. Wir können auch hier bei den Formularen zum nächsten Datensatz gehen. Und da sehen wir dann, da sind automatisch die verknüpften Seminar-Themen dann auch sofort für den anderen Mitarbeiter angezeigt. So etwas wollen wir also jetzt erstellen. Dazu schließe ich zunächst einmal dieses hier und bestätige, dass ich diesen Entwurf speichern möchte. Dann klicke ich auf Ja und da sage ich nochmal Ja. Jetzt ist das also gespeichert. Wie legt man solche Formulare an? Ich schließe das hier mal. Das war ja auch nur zum Zeigen, wie es ohne aussieht. Ich habe die Möglichkeit, solche Formulare mit einem Formularassistenten anzulegen. Den haben wir hier. Wenn ich da aufklicke, da kann ich auswählen, aus welcher Tabelle die Formulardaten kommen sollen. Und da habe ich hier die Tabelle Mitarbeiter gewählt. Und da kann ich mithilfe dieser Schaltflächen alle Felder übernehmen oder auch nur einzelne. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die ID, die laufende Nummer, die da verwendet wird. Die habe ich auch mit dem Formular. Die benötige ich aber nicht. Und die kann ich dann entsprechend mit dieser Schaltfläche zurückverlegen in die verfügbaren Felder. Hier rechts stehen die ausgewählten. Ich gehe dann auf die Schaltfläche Weiter. Und da kann man dann zwischen verschiedenen Darstellmöglichkeiten wählen. Sie sehen das hier. Einspaltig ist das, was Sie in diesem Muster gesehen hatten. Ich lasse es also bei Einspaltig. Gehe dann auf Weiter. Und da wird gefragt, wie soll denn das Formular heißen. Weil ich von eben, vom Vorführen schon eines hatte, was Mitarbeiter hieß. Da steht jetzt auch schon Mitarbeiter 1 hier. Und ich nenne das aber jetzt Mitarbeiter und Seminare. Da kann man also Namen vorgeben, der dann im Titel stehen soll. Dann gehe ich hier auf Fertigstellen. Die Voreinstellung Formular öffnen, um Informationen anzuzeigen und einzugeben. Die lasse ich so. Ich gehe einfach auf Fertigstellen. Und schon haben wir dieses Mitarbeiter und Seminare Formular. Das heißt, Seminare ist hier noch nicht eingebaut. Das kommt aber später. Dieses Formular kann man sich jetzt anschauen. Das ist der erste Datensatz. Und wenn ich hier unten schaue, hier kann ich zum zweiten, dritten, vierten gehen. Oder zum letzten. Und ich kann hier natürlich auch beispielsweise alle Frauen aus dieser Liste auswählen, wenn ich hier die Anrede Frau markiere und klicke dann auf Auswahl. Ich habe ist gleich Frau. Jetzt sehen wir, jetzt sind es nur noch 23. Und die Emma Schulze ist die erste davon. Filter kann man auch wieder abschalten. Das ist uns ja bekannt von der Tabelle. Dieses Formular ist jetzt vom Assistenten erstellt. Aber wir sehen, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, das zu optimieren. Zum Beispiel der Tagessatz, der ist viel zu breit. So einen hohen Tagessatz bekommt hier niemand. Oder man könnte auch auf die Idee kommen, dass man hier Vornamen und Nachnamen nebeneinander stellt. Das macht man dann im Formularentwurf. Ich klicke hier hin und wähle die Entwurfsansicht aus. In dem Moment haben wir hier die Eigenschaften. Das Eigenschaftenblatt brauche ich jetzt noch nicht, kann ich wieder schließen. Das kann man dann noch später mit der Schaltfläche wieder sichtbar machen, wenn wir es brauchen. Ich kann jetzt diese einzelnen Bereiche nehmen und die bearbeiten. Zum Beispiel könnte ich hier hingehen, wo Nachname steht und ziehe das hier nach rechts in dem Bereich, der noch nicht benutzt wurde. Und Sie sehen, es ist einmal Nachname hier rechts. Das ist das Datenfeld. Das ist so gelblich eingerahmt. Jetzt, weil es das Aktive ist und hier ist das Bezeichnungsfeld. Die habe ich jetzt verschoben. Schauen wir uns das mal an, was wir durch die Verschiebung an Änderung haben. Ich gehe hier auf die Ansicht und da sehen wir, jetzt steht Nachname. Also die Bezeichnung steht hier und hier ist der Eintrag. Das kann man natürlich dann noch verschieben, wenn der Müller dichter beim Nachname stehen soll. Dann gehe ich wieder auf die Entwurfsansicht und kann dann erst mal diese Bezeichnung schmaler machen. Und kann dann hier auf dieses große Kästchen links oben gehen und schiebe das Dichter an die Bezeichnung. Das lässt sich also machen. Ich kann natürlich auch hier beim Tagessatz die Spalte schmaler machen. Oder ich kann die Anrede als Ganzes verschieben, wenn die hier stehen soll. Hier vielleicht neben dem Nachname. Sollte natürlich dann noch ein bisschen schöner aussehen. Mal aufpassen, dass man es richtig ausgewählt hat. Bezeichnungsfeld. Und das schiebe ich dann hier oberhalb von Nachname hin. Ob das jetzt schön ist, ist eine andere Frage. Es geht um die Funktionalität. Wir sehen, das müsste noch ein bisschen ausgerichtet werden. So lassen sich also die Bezeichnungen und die Felder an die passende Stelle schieben. Jetzt hatten wir aber noch die Möglichkeit, mehrere Felder auf einmal zu verschieben. Also dieser Block hier, der soll dichter da herangeschoben werden, weil ich hier das Seminare-Unterformular einbauen möchte. Dazu gehe ich wieder in die Entwurfsansicht und markiere hier bei gedrückter Maustaste alle Felder, die in diesem Rahmen liegen. Und dann kann ich die passend nach oben verschieben und habe jetzt Platz hier unten, in diesem Bereich hier das Seminar-Unterformular einzubauen. Wie geht das? Es gibt hier oben verschiedene Steuerelemente. Dieses Unterformular, was ich da haben will, das ist ein Steuerelement. Kann man hier schauen. Hier, in diesem Element steht Unterformular und Unterbericht. Darauf klicke ich, weil ich das will hier auswählen und dann zeichne ich hier in diesem Bereich ein Formular, ein tabellarisches Formular. Und da kann ich dann wählen, wenn es schon so eins gibt, könnte ich das hier wählen, aber ich will mal jetzt selbst ein neues anlegen. Dann kann ich bereits vorhandene Tabellen oder Abfragen verwenden, dann gehe ich auf Weiter. Und dann werden hier die Tabellen und die Abfragen angezeigt. Ich nehme Seminare und füge von dort alle Spalten ein, alle Felder. Das ist eine gleiche Aussage. Ich benötige nicht die ID. Kann ich auch wieder zurückschieben. Die Personalnummer brauche ich eigentlich auch nicht, weil im Unterformular ist das die gleiche wie die Personalnummer des Mitarbeiters. Weil wir lassen es erst mal so stehen, damit Sie sehen, die gehören zusammen und die kann man auch später noch entfernen. Ich gehe dann auf Weiter. Und da wird dann gleich erkannt, dass diese beiden Tabellen in Zusammenhang stehen. Das heißt, die Beziehung, die wir schon im vorangegangenen Teil festgelegt haben zwischen Mitarbeiter und Seminare über die Personalnummer, diese 1 zu N Beziehung, die wurde hier erkannt. Und die ist auch hier optisch dargestellt. Ich gehe dann auf Weiter. Jetzt steht hier Seminare unter Formular 1. Weil es gibt es ja schon einmal von meinem ersten Versuch. Lassen wir es bei der 1 bewenden. Klicken auf Fertigstellen. Und da ist das dann auch. Jetzt schaue ich mir das Ganze an, in der Ansicht. Sie sehen, ist schon gar nicht so verkehrt. Hier kann ich das noch ein bisschen breiter machen. Aber wir sehen hier schon beim Uwe Müller. Da sind die Unterformulardaten hier passend. Und das können wir dann sehen, wenn wir hier die Mitarbeitertabelle anschauen. Und da sehen wir, da tauchen also diese drei Seminare auf. Und die stehen dann auch hier. Man könnte eben auch hier gleich ein neues verpassen. Sie sehen, hier wird die Personalnummer mehr vorangezeigt. Das ist die gleiche, die hier steht. Das heißt, wenn ich gleich das Unterformular bearbeite, dann kann ich das also auch gleich berücksichtigen. Man kann das also auch hier entfernen. Rechte Maustaste, Felder ausblenden. Dann haben wir hier schon die Möglichkeit, die Dauer besser anzuzeigen. Ich gehe jetzt nochmal auf Ansicht, Entwurfsansicht. Ja, das will ich speichern. Und da mache ich dieses hier breiter. Und dann schaue ich mir das nochmal an. Sie sehen, hier kann man jetzt auch noch was an der Breite ändern. Die Kosten brauchen auch nicht so breit zu sein. Na, aufpassen, da sind die kleinen Elemente zur Auswahl. Das ist dann so okay. Ich denke, das reicht dann hier für den Anfang, um die Sinnhaftigkeit von Formularen und Unterformularen zu erstellen. Das heißt hier, das ist noch etwas unschön, wenn Sie wirklich mal Formulare erstellen. Man muss hier scrollen, um alles zu sehen. Man könnte hier das Unterformular noch ein bisschen kleiner machen. So Feinheiten, die brauchen dann Zeit. Und da sehen wir, hier kann man dann auf das Unterformular gehen. Und hier, in diesen Kästchen, kann man das ein kleiner schieben. Und das Ganze dann zusammen. Hier auch noch den unteren Rand. Schauen wir es uns nochmal an. Und Sie sehen, jetzt passt das. Wir haben also hier den Uwe Müller. Das ist der erste von 68 Datensätzen. Und zum Uwe Müller gehören drei Seminare. Und da sehen wir, das wird also dann hier passend eingeblendet. Jetzt haben wir hier den Rudi Schüttler. Der hat hier fünf Seminare. Und wenn man nicht alle auf einmal sieht, haben wir ja auch die Möglichkeit, im Unterformular zu scrollen. Das soll fürs Erste reichen, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie man Formulare gestalten kann und Unterformulare einbauen kann.